16 Missen kämpfen um die begehrte Krone der Missdeutschland 2006. Es ist 20 Uhr, für die Missen geht es in die heiße Phase. Sie stehen kurz vor ihrem Auftritt. Mehrere Runden müssen die Missen über den Laufsteg wandern. In der Jury sitzt Jermine Charivare Missdeutschland 2004. Für die Mädchen ist Jermine ein Vorbild. Sie hat internationalen Erfolg, wird von der Presse begehrt und weiß, worauf es bei einer Missdeutschland ankommt. Also ich denke, es ist immer gut, wenn man sich selbst treu ist. Also wenn man sich selbst treu bleibt, auf dem Boden bleibt, weil dann präsentiert man sich automatisch am besten. Also man sollte nicht versuchen, irgendwie was darzustellen, was man nicht ist. Die Jury bei der Misswahl sucht eine glaubwürdige Repräsentantin für Deutschland. Bis Niedersachsen wird Missdeutschland international.